Ah, ist diese... Das ist fies. Das ist sehr fies. Ah, der hat's mich erwischt. Was geht Leute? NRFox ist wieder am Start. Mal wieder. Und wieder mit Hades. Immer noch die gleichen Klamotten an. Ich mach gerade die dritte Folge jetzt an. Ich hoffe ihr seid wieder dabei, wenn wir durch Hades durchdashen. Es ist mittlerweile schon 11 Uhr nachts. Mein Hirn funktioniert jetzt nur noch zu 50% so langsam. Aber Hades macht einfach so Bock. Und deswegen starten wir da auch gleich durch. Viel bla 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 und los geht's. Ich glaube nicht, dass ich so weit bin. Danke. Aha. Interessant. Jetzt kommen wir irgendwo hin. Asphodel. Sieht gut aus. Ah, der Artstyle. Genau mein Ding. Ist das die Hölle? Oh, 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 oh. Ja, das ist die Hölle. Oh, kann man hier gucken? Es ist schön und warm hier. Ich gebe dir das. Das ist definitiv die Hölle. Was ist das? Nichts. Okay. Ach, das ist ein Boot. Ach so. Die hasse ich jetzt schon. Boah, vor allem muss man jetzt hier aufpassen, dass man nicht in die Lava tretet. Aber immerhin kriegen die dann auch Schaden. Das ist schon mal gut. Gott, meine Energie ist gar nicht gut. Vor allem, es sind immer noch keine Truhen gekommen. Wir nehmen Hermes. Bisschen mehr Geschwindigkeit. Na komm. Ich kann ja gar nichts. Nein. 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 Nein, du nicht. Ein Leben hat es uns jetzt gekostet. Es ist echt übel hier. Der rennet auch so schnell. Passt. Schnelle Erholung. Nachdem du verletzt wirst, kannst du durch einen schnellen Spurt einen Teil der gerade eingebüßten zurückgewinnen. Nice. Das machen wir. Und hier. Gucken wir mal, ob das was bringt. Gucken wir mal, ob das was bringt. Und danach kommt der nächste Mediboss. Und danach kommt der nächste Mediboss. Hallo. Ja. 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 Das war nötig. Das war nötig. Ja. Das war nötig. Das war nötig. Ja. Das macht das City dazwürger. Das war nötig. Na ja, war schon mal Besson. Was? Oh, was ist da los? Oh, was ist da los? Oh, was ist da los? Ich dachte, er wäre schon down. Oh, vier Stück. Das ist nicht eine Ernte. Puh. Gar nicht so einfach. Stich hinter Schuss. Dein Wurf steunet einen Klingensug nach vorne. Ja, Kling... Wurf mache ich jetzt ja auch nicht mehr so oft. Das ist auch schlecht. Ach komm. Just do it. Schuss. 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 das ist fies das ist sehr fies der hat mich erwischt das ist fies ich muss hinter die kommen ja ich flippe da viel zu viel zu sehr rum das ist wirklich Hypnos ist nicht da was ist da los und ihm willkommen zu ihren Mountain. Das ist alles. Der Influenz ist sehr limited. Gott und Schmerz, nicht mit mir über ihre Influenz. Ich habe ihre Influenz in der ersten Hand gesehen. Du hast eine verrückte Fehler gemacht. Du hast mir mit verrückten Fehler gemacht. Du kannst nicht verändern den Weg, der wurde gesetzt. Probierst alles, was du möchtest. Swag los! Ah, Kälberriss ist wieder da. Wenn ich nicht über die Hände schreit, dann schreit nicht meinen Arm. Entschuldigung? Hey, Junge, nur ich wieder. Hier zu berichten, dass es ziemlich gefährlich ist, sogar ohne dich auf der Gäste allgemein. Die Venerable Hound of Hell die ich gefunden habe. So weit wie ich weiß, ja, Mann, das ist es. Wer genau ist, ich bin nicht sicher. Du hättest besser auf die Hände und sie sicher halten. Deine Wäsche. Sie werden erst für sie und trinken sie. Nicht in den Händen. Aber dann... Ich würde es auch trinken. Direkt in den Rachenei. Ha, Meg, hallo. Oh, die ist böse. Die ist ziemlich sauer. Angepisst, dass ich sie... gekillt habe. Besiegt habe. Aber das ist also der Ort, an dem dann quasi die Endbosse dann... wie es sich versammeln... wieder zu treffen sind. Richtig geil. Ha, jetzt erkenne ich auch erst die... Die... Die Fellstücke und die Kratzer, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Die war... Die der... Kerberus ja hinterlassen hat, als er hier rum gewütet ist. Okay. Die Lounging-Area within the House of Hades is a dismal place to be. In spite of its intended purpose to enliven the house's grim inhabitants. It's better than nothing. Ja, better than nothing. Was ist in stock? Nektar. Für 10 krieg ich Nektar. Ich nehme das Ding. Und dann... Ach, kann ich was bauen? Ich blick's nicht. Zusätzliche... Ja, das hat... Das hatten wir ja. Unterweltrenovierung. Kann man können? Eine Infernaltruhe erhalten. Können. Missen aber nicht. Unterweltrenovierung. Tauscht Andenken zwischen Unterweltregionen aus. Brauche ich aber nicht. Warum sollte ich die austauschen? Ich habe eh nicht so viel. Deswegen machen wir das nicht. Ja, und dann kann man da die strammen weg machen, die Cabos hinterlassen hat. Okay. Sollen wir ihm das schenken? Ja. Oh. Oh, ich wollte nicht streicheln. Mal gucken, was ich bekomme, wenn ich ihm... Nektar gebe. Schau, was ich für dich bekomme, Junge. Haltes Streichelhandsband. Und Energie haben wir bekommen. Cool. Gut. Gut. Ich will schlafen. Ausruhen? Jetzt schon? Na gut. Es ist der Tod der Nacht. Oder die Erinnerung von dem Raum Hades. Der Prinz des Unterwelt, Zagreus, riecht aus einem fitvollen Schlumber mit viel Mischung auf seinem Geist. Mischung? Ich? Ich werde nur ein bisschen schauen, über dieses Sachen. Der träumt doch jetzt. Was? Ja. Genau. Es ist genau so, wie er geplant hat. Lauf deine Worte, altes Mann. Ich versuche hier, zu schlafen. Ich bin hier mal gespannt, was jetzt passiert. Ich bin hier mal gespannt. Sie sind sneaky. Okay, der Vater ist nicht da. Okay, der Vater ist nicht da. Ich höre nicht. Ich höre nicht. Komm. Da ist die Worte. Da ist die Worte. Wird, endlich, in eine Hand und Weise. Die Worte der Prinz nicht gesehen oder gehört. Hades. Ich kann nicht mehr tolerieren mein Leben hier in diesem Ort. Ich werde, sogar wenn es mich verletzt wird. Ich werde nicht zurück in Olympus. Wenn es ein Ort ist, wo ich in diesem Weltkrieg bin, muss es irgendwo zwischen der Höhe und der Höhe. Fersephony. Persephone. Persephone. Mon Dad? Persephone. Er hat gedacht, Nix wäre seine Mutter? Aber Vater hat immer gesagt, dass Nix ... ... der Lied. Er ließ mich. Sie haben beide alles mein Leben gemacht. Er hätte gedacht, Nix wäre seine Mutter? Daher hat der Prinz herausgefunden, die gut gehaltene Wahrheit über seine Linie. Und ich denke, dass das passiert. Persephone. Persephone. Wo hat sie geredet? Und warum? Entgültet durch neue Fragen und seine Rage, hat der Prinz entschieden, seinen Herrn und Herrn zu befinden. Du ... warum? Ja, richtig soapmäßig. Du ... Du ... Nix ... Du bist nicht meine Mutter. All diese Zeit, du und mein Vater, du ... du liebst zu mir? Oh, mein liebster Kind. So, jetzt wissen Sie. So, jetzt wissen Sie. Aber nur halb der Wahrheit. Ich kann das Rest erklären. Also ... bitte. Es war nie mein Wunsch, dich zu verhören. Oh, trotzdem eine nette. Mutter. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Bestimmt. Eine Mutter vergisst nie. Okay, weiter. Ja. 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 Drei gibt's zurück. Oh, machen wir. Machen wir. Machen wir. Ja. Ja. Mehr Lebensenergie. Ah, man kann nur eins. Aber trotzdem gut. Du füllst 15% Schande, wenn du unverletzte Gegner triffst. Ne, wir machen Energie. Sehr gut. Das könnte helfen. Und Waffen. Hm. Ja, wir machen irgendwann mal, machen wir die frei. Versprochen. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ich brauche die Schlüssel für andere Dinge. Death is your only family. Death and I. Best get accustomed to the both of us. Aber gar nicht gewusst, dass Hades so aussieht. Ah, ein neues Zeichen. Athena. Ja. You may have quite a distance still to go. But having crossed through Tartarus is no small step cousin. Gabe der Athena. Siehe. Die unvergleichlichen Abweckkräfte der geäugigen Göttin. Kann ablenken. Weniger von gegen sie. Oh, geil. Ablenken. Man kann ablenken. Ja, wir machen das. Angriffsschaden. Das ist geil. Projektile ablenken. Endlich mal. Das ist geil. Projektile ablenken. Endlich mal. Ah. Mann. Konzentrier dich. Das ist besser. Ich möchte jetzt einmal kommen. Schieß. Ja, es funktioniert. Ablenken ist gar nicht mal so schlecht. Mit mehr Energie. Nein. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts. Du hast nichts. Man ist wichtig. bookstore known sin Und attackieren. Wo Du hast nichts zu 양 rice. Wo die jetzt loslegen? Juwele, okay. Das ist Gift. Ja, Gift ist gut. Gift nehmen wir. Ja, das Spiel macht so fun. Schlecht. 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 Gott, stelle ich mich an. Wie schlecht war das denn jetzt bitte? was macht's weg nichts macht's weg doch ersetzt göttliche attacke es bleibt ist deine energie nach einem schummelze gering wird sie bis zum schwellenwert aufgefüllt 30 prozent 30 energie noch mal das ist okay dann krieg ich mir kristall erst später sofern möglich schlüssel oder charon charon habe nun vergessen Das war's. Da oben Gut Ja, ist okay, die Bombe Aris oder Poseidon Nehmen wir Aris Du und ich Die hasse ich Ah, da bewirbt es dann nix Ach du Scheiße Das war schlecht Mhm, okay Hm, auch nicht schlecht Beistand von Aris Nachdem du verletzt wirst Kannst du gegen Gegner in der Nähe Verderbnisse aufbeschwören Ist auch nicht schlecht Wo haben wir das Die Warguards Power Hab ich eigentlich Nicht Ich Ich habe die Gefühle, dass ich mich beobachten Ich habe die Gefühle Ach du Scheiße Komm schon. 3, 2, 1, sehr gut. Da ist er wieder schlecht. Auch irgendwas zum Heilen. Oh ja, direkt in die Falle, Alex. 3, 2, 1, sehr gut. Was war das noch mal? Keine Ahnung. Sehr gut. Der ist gefangen, oder? Mhm. Cheers, mate. Within the depths of Tartarus reside the most wretched of all the shades who linger for eternity within the underworld, whose lord and masters are especially unkind to those attempting to cheat death. Lots of wretchedness to go around, I guess. Mmm. Mmm. Yep. Ahhhh. Diese Drecks fallen, ey. The power of the gods. Also Amplenken ist gar nicht mal so gut. Ja, das. Und Gesundheit. ... ... ... ... Läuft Digga! Falsche Seite! Ehhh, ja. Wir brauchen mehr Energie, deswegen gehen wir zu Sharon. Charon, mein ich. Sharon. Ha. Nun mal Energie. Wir nehmen Power-up und machen das auf Level 3. Powered up. End was. Megan. Oh, selbst wenn du mich überrascht hast, gibt es keine Ausflugung von Aspadel. Du sahst, was es war. Du willst wirklich zurück da. Es ist nicht ein Wund, die Weg aus ist da, in der Richtung. Past die River of Flame. Du bist mehr Stubborn als dein Vater. Ich habe nie gedacht, dass solche Dinge möglich sind. Komm. Oh, fuck yeah. Ah, tricke. Ah, check. Ah, dashen, Junge. Not a scratch. Ah, das war ziemlich schlecht. Aber ich hab sie. Na, grad noch so. Next Level. Ja, ich brauch irgendwie so ein Healing-Bild. Hochdroben. Droben. Was ist hochdroben? Ich glaube, nächstes Mal probieren wir die anderen Waffen aus. Gut, komm in. Gotcha. Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, Saft. Saft ist wichtig. Oh, I'm there. Okay. Gar nicht krieg Panik. Ein Bottle von Nektar. Sehr gut. Ja, Hermes. Und er hat auch noch in die Labe gedappt. Super geschick von mir. Komm her. Ja bitte. Ja bitte. Ares. Nichts wie eine gute Krieg zwischen den Immortaten, um viele und viele Messungen zu gehen. Gehen wir mal. Wir müssen fortsetzen. Ich bin weg. Oh, endlich mal eine Truhe, Truhenprüfung, bis zu 100 wiederherstellen, okay, let's do this, jetzt trage ich mich auch. Das Zurückschlagen ist richtig geil. Du hattest eine Chance, du hattest nicht dieses Junge. Ah, ah, immerhin etwas. Let's see what's up for sale. Vielleicht hat er noch ein bisschen Energie, ja, ah, der, guck mal was er hat, Artemis hat einen suchenden Pfeil ab und hat eine Chance, aber nur eins. Die Ehrschaden. Äh, besser ist gar nichts. Zwei Prozent Chance, das ist nicht viel. Oh, Medusa. Ah, ne, das zählt nicht. Ah, doch kann ich sogar schlagen. Ah, die Musik ist nice. Zack. Bis zum nächsten Mal, Gigantik-Gorgon-Head. Aber trotzdem nicht so gut. Ja, komm. Ja, ich werde schon nicht sterben. Episch. Episch. Let's Gegner in einem Bereich. Das ist halt geil. Wir machen das. Aber ich werde wahrscheinlich ihr gleich sterben. In sechs Minuten müssen wir eh Ende machen. Boah, das ist... Poseidon hat immer so geile Attacken. immer so geile Attacken. In fünf Minuten müssen wir. Was? Oh Mann! Ja, ich weiß. Oh, hey there, Dusa. How's your endless toil treating you? Um, Mr. Hypnos, do you maybe think that you could, you know, keep an eye on the procession line before Lord Hades, like you were supposed to? Oh, um, that's no problem. I can definitely do that. I'll just add it to the list. Um, good, then. Glad we had the chance to chat. Now, maybe get some sleep or something. You look pretty beat. Get on it, Hypnos. Back already. Ich kann ihn nochmal. Was bringt es, wenn ich ihm jetzt nochmal Saft gebe? Ich mach's trotzdem nochmal. There's a good boy. I thought you liked that. Cerberus is overjoyed to have received such a delicious treat. Wahrscheinlich mehr Energie, aber... Wahrscheinlich ab einer gewissen Anzahl bekommt man dann immer Goodies von denen. Er ist zurück, Cerberus. Just as I indicated. Natürlich komme ich zurück. Muss er Hallo sagen. I'm sorry, you disturb your rest again, Cerberus. You've done a good job. The realm is well defended still to the high standard that you set. Mal gucken, was können wir noch machen? 15 haben wir, Unterweltrenovierung. Nee. Lohnt noch nicht. Was geht bei dir? Ja. Oh. Nee. Nein. Sie war nicht. Sie wäre mit uns. Hier. Sie war eine gute Frau. Stattlich. Kind. Ich wünschte, dich zu erheben, wie ich dachte, sie hätte. Nett. Ich denke, ich habe gut gemacht. Ja. Ich muss mich Achilles' vermischen. Achilles ist weg. Namek. Namek. Wie fühlt es sich ein, ein zweites Mal verloren zu haben? Namek. Wie fühlt es sich ein, ein zweites Mal verloren zu haben? Nächstes Mal probieren wir mal eine andere Waffe aus. Wir haben jetzt genug Schlüssel mit dem 7 Schlüssel. Zwei Upgrades können wir auch freischalten mit 5 Schlüsseln. Gucken wir mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Wenn es dann heißt, EneroFox in VR oder Couch Friday mit Achilles. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer EneroFox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.